leute willkommen zum zweiten video für diesen tag und jeder menge schlechter beleuchtung von mir für euch von meinem sarten gesicht ich habe heute noch ein paar links von season 20 für euch auch in diesem video bitte noch mal die bitte schaut euch bitte noch das vor vorletzte video an dort spreche ich über die neue legende in season 21 wurde offiziell von den devs von respawn versehentlich gezeigt geliebt von dem spieletester den haben sie über die schulter geguckt hast du monitor gesehen hast du die neue legende gesehen und so weiter gibt es auch schon spekulation was die kann und so weiter und so fort habe ich gestern einfach zu einer ungünstigen zeit released vormittags kam nicht so gut an die meisten haben es wahrscheinlich übersehen oder nicht gemerkt also schaut doch noch mal rein ist es tatsächlich ein offizielles bild der neuen legende mit name und so weiter und so fort also schaltet auf jeden fall noch mal zwei drei videos zurück wenn ihr hier durch seid würde ich mich sehr darüber freuen und natürlich das video von heute mit dem neuen recolor erbstück von krypto ganz wichtig ist nämlich schon im shop ganz interessante geschichte und ich verweise noch mal auf die gewinnspiele die zum start von season 20 wieder eröffnet sind also vergesst nicht jetzt schon mal zu abonnieren dass auf jeden fall mit der wichtigste part und wenn dann die ersten drei vier videos in season 20 von mir starten starte ich auch die gewinnspiele dazu dann mehr wenn es dann soweit ist also auf jeden fall jetzt schon mal abonnieren macht doch nicht verkehrt wir fangen einfach mal der reihe nach an was ich alles für euch habe und blende schon mal das habe ich im heutigen video schon versprochen einige von euch haben es in meinem season 20 legenden perks video nämlich gesagt was ist mit den caustic perks ja ich bin ein sehr großer caustic hasser und nein es war nicht der grund warum ich sie nicht genannt habe ich habe sie sogar eingeblendet zusammen mit den watson perks und so weiter ich habe ihn vergessen vorzulesen und er hat wirklich krasse perks deswegen habe ich jetzt hier versprochen dass ich die caustic perks nachhole bevor wir ein paar buffs und nerfs für season 20 haben also die blauen perks wenn du die blaue das blaue body schild frei schaltest erhöhte reichweite für deine gas tanks oder eine erhöhte gas area ein erhöhter gas wirkungsbereich für deine ultimative fähigkeit das wären die ersten beiden perks die du wählen kannst oder das zweite eine erweiterte nox vision du kannst besser sehen oder länger sehen durch das durch das gas oder und das finde ich einen extrem heftigen perk ähnlich wie bei bangalore im smoke hat sie auch den perk dass du dich in deinem gas regeneriert und ich bin echt extrem gespannt und ich nehme mal an dass wir das im trainingsgelände auch ganz gut üben können oder einfach testen können dass wir zwischen den schildkernen wechseln und die perks ausprobieren können ich bin auf die regenerationszeit gespannt wie schnell das heilt im gas oder smoke und so weiter also da wird es bestimmt noch ein paar videos über die perks in action geben freut euch da mal drauf als nächstes haben wir gameplay vom r99 battle pass skin ihr habt richtig gehört wer es vielleicht nicht mitbekommen hat in meinem patch notes video was verdammt lange ging und verdammt gut ankam wahrscheinlich eins meiner besten videos überhaupt in nicht mal 24 stunden 4000 klicks das war schon echt feine sache oder ein bisschen über 24 stunden denn die r99 bekommt nur im battle pass skin obwohl einige waffen noch keinen haben was gut ist weil keiner will einen mosambik skin im battle pass haben bin ich mir relativ sicher oder die wenigsten hier ist die gameplay offizielles gameplay der 99 sieht verdammt geil aus mit diesen ganzen blättchen an der seite wie die sich so bewegen einziger nachteil natürlich im vergleich zum battle pass skin der 99 von season schlag nicht tot keine ahnung wann der erste season 99 r99 season 99 willkommen in der zukunft ich weiß nicht wann der erste r99 battle pass skin rauskam ist schon eine weile her aber ein riesenproblem es gibt natürlich ein pay to win skin für die r99 da nicht skin sondern ja es ist ein skin mit einem pay to win visier du siehst die gegner deutlich besser als durch dieses fast zu visier und das ist leider sehr sehr uninteressant na ja meistens machst du eh wenigstens ein rotpunkt visier drauf aber es ist sehr schade dass das dass die optik nicht die andere ist egal weiter im text geht man davon aus jetzt wo wir doch tatsächlich davon überrascht wurden dass aktuell ein neues erbstück im store ist von crypto sein recaller ohne collection event in verbindung was ich sehr sehr gut finde dass da nicht wieder ein collection event verschwendet wird geht aber vielleicht mal davon aus dass wir das butterfly von octane in season 20 bekommen butterfly knife octanes prototype ja das sind die drei möglichen erbstücke die dann octane wählen kann entweder das buster sort oder die zwei butterflies soll wohl in season 20 dann kommen dann haben wir als nächstes dieses welches passt ein bisschen zu dem bild denn das buster sort ist ja ein universal erbstück und im launch trailer der vor wenigen tagen veröffentlicht wurde wurde dieses teil in lifelines händen gesehen und gezeigt offiziell ich gehe nicht davon aus dass das neues erbstück für lifeline sein wird denn ich gehe vielmehr davon aus dass es ein universal erbstück sein wird ähnlich wie das buster sort von dem final fantasy 7 event das dann jede legende tragen kann würde ich auf jeden fall feiern das macht auf jeden fall ein collection event in sachen mehr wert wertvoller weil oft kommt ein collection event wo ein bisschen was cooles dabei ist aber nicht alles und trotzdem paste durch weil eben eine geile legende dabei ist mit einem erbstück oder du findest das erbstück geil aber die legende dazu kacke spielst du nicht unten universal erbstück was alle legenden tragen können ist natürlich viel viel geiler deswegen würde ich es feiern wenn das tatsächlich so passiert und einige haben schon gesagt was veler and es gibt irgendein spiel da gibt es auch so eine art erbstücke das sieht dem sehr sehr ähnlich jetzt ist die frage wer bedient sicher wo dann gibt es jetzt hier in game noch ein bisschen die optik von dem recolor von octane was ich sehr schade finde vergleicht mal bitte moment habe ich das schon gelöscht habe ich nicht gelöscht vergleicht man bitte die optik und die optik vom crypto erbstück das sieht sich ein bisschen dolle sehr ähnlich wie ich finde finde ich ein bisschen schade das relativ um kreativ dass das so von der farbgebung sich doch sehr sehr ähnelt nicht dass das doch nur noch in den nächsten tagen vielleicht in den store kommt zum abschluss kurz vor ende von season 19 das kann natürlich auch eine möglichkeit sein so weiter im text jetzt aber wir haben das hatte ich im patch notes video schon gesagt aber da hat respawn nicht gesagt wie genau der nerv aussieht die 30 30 wird einen nerv bekommen geht davon aus dass es entweder ein damage nerv sein wird wovon ich fest ausgehe wahrscheinlich ein zwei schadenspunkte pro kugel weniger oder und das ist wieder das wo ich so schmunzeln muss da kommen waffen in season 19 mit einem fetten buff und man denkt sich kommt das macht ihr sowieso wieder rückgängig und das wird bei der 30 30 so sein in season 19 wurden die wurde die große der projektile deutlich erhöht was es tatsächlich und ich war ein extrem schlechter 30 30 spieler mit der 30 30 war es auf einmal so unwahrscheinlich einfach die gegner zu treffen deswegen wird denke ich mal der buff wieder zurück genommen oder rückgängig gemacht vielleicht wird auch ein damage nur auf unten projektil größe nur vielleicht bleibt die projektil größe und es wird ein starker damage nur das kann alles sein dass man nicht genau gibt es keine zahlen die hemlock dasselbe im grün kam zurück in season 19 glaube ich und hat direkt ich glaube aus dem care package kam sie zurück und hat direkt noch einen damage obendrauf bekommen zum ursprung bevor sie ins care package gegangen ist und ist eine sehr starke allrounder waffe gewesen dann soll conduit einen nerf auf ihre taktische bekommen wie der aussieht weiß ich nicht ich finde sie jetzt nicht okay ich gehe mal davon aus dass die dass die cooldown erhöht wird und wahrscheinlich so ein bisschen eine justierung in sachen perks wenn das perk system in in season 20 kommen da gibt es ja ein perk der der eine zweite ladung für die taktische gibt aber 50 prozent weniger ladung auf dieses gesamte schild dass das vielleicht so ein bisschen entgegenwirkt oder einfach die taktische zu stark war ich weiß es nicht zu stark fand ich jetzt nicht aber manchmal ging es einem schon ziemlich auf den geist dann bekommt die volt überraschung einen nerf warum bekommt sie wohl einen nerf weil sie in season 19 absolut meter war und sie glaube ich in den global series und in verschiedenen anderen statistik relativ weit oben wenn ich sogar immer ganz oben gespielt wurde und glaube ich sogar beliebter als die 99 ist das ist meine vermutung ich habe keine statistik aber ich habe mal gehört die neuen neuen die world ist verdammt weit oben dann gab es eine menge fragezeichen von euch in sachen reactive recolor für die flatline aus dem battle pass von verdammt lange her inklusive resten man soll den nicht kaufen müssen es soll wohl so sein dass wir den wirklich frei erspielen können der ist verknüpft mit ein paar herausforderungen wie die aussehen kann ich leider aktuell nicht sagen aber wir können ihn frei erspielen ohne geld in die hand zu nehmen das finde ich eine feine sache aber nach wie vor trotzdem so ein bisschen bitterer beigeschmack für alle die den exklusiven battle pass skin haben aus diesen drei oder wann zwar und jetzt wird er quasi hinterher geschmissen fand ich finde ich trotzdem ein bisschen schade aber ist so was haben wir noch es ist noch ein bild aufgetaucht schaut mal unten links auf krypto und seine ausrüstung wir sehen seinen schildkern und das ist der schildkern ich glaube ja und wir sehen einen roten helm ein roter helm haben die devs auch nicht erwähnt im exklusiv live stream es kann sein oder es wird wahrscheinlich sogar so sein dass wir sehen sogar mehrere informationen aus der ganzen geschichte dass wir einen roten helm bekommen es wird das gerücht rum das hat keiner bestätigt ist nicht wirklich ein leak sondern eher eine vermutung dass der rote helm eventuell die fähigkeiten vom goldenen helm bekommt nie nicht der goldene helm das käse der goldene helm bleibt glaube ich sondern vom goldenen körperschild das goldene körperschild fliegt ja raus das heißt wenn du dir mit dem goldenen körperschild eine heilung rein drückst bekommst du doppelt so viel haltung zumindest auf den kleinen staff es kann sein dass der rote helm das eventuell übernimmt das ist eine vermutung und wie ihr unten rechts auch seht die wingman kommt ebenfalls aus dem care package und man ging davon aus die devs haben es nicht so lange richtig verraten man ging jetzt davon aus dass die graver und der bogen nur exklusiv im care package bleiben aber es gab ein bild ich habe es jetzt leider nicht noch mal gefunden aber ich habe es gesehen die eva 8 geht ins care package mit rein die wingman kommt raus und gerade bei der eva 8 in verbindung mit dem perk habe ich im letzten video auch gesagt wer das video mit den ganzen perks nicht gesehen hat es kam sehr gut an und es lohnt sich da rein zu schalten weil ich alle perks benenne bis auf die kostet perks verpeilt habe die habe ich ja hier nachgereicht auf jeden fall die eva 8 im care package in verbindung mit dem perk könnte echt eine mega belastende geschichte sein und im heutigen video gegen 15 uhr kam es raus habe ich schon darüber gesprochen das recolor von crypto ist im store es ist schon drin ohne ankündigung ohne collection event eine absolut feine sache und ladies and gentlemen habe ich noch was vergessen helm habe ich 99 über 8 habe ich erzählt ich habe fertig mehr gibt es erstmal nicht zu erzählen geht davon aus dass wir in den nächsten tagen vielleicht noch ein paar mehr leaks abbekommen sollte das so sein werde ich auf jeden fall mich wieder fleißig hier an meinen rechner setzen und ein bisschen was für euch zusammentragen schaut euch die letzten videos noch mal an platz hat noch nicht gesehen habt denkt an die gewinnspiele wenn ich dann für nächste woche die ersten videos starte wenn es genug content gibt gibt es die verlosung also auf jeden fall jetzt schon abonnieren würde ich mich auf jeden fall sehr darüber freuen ich bin auf eure kommentare gespannt verbleibe mit freundlichen grüßen und wünscht euch noch einen schönen rest mittwoch haut rein bis zum nächsten mal